Mir gefällt es sehr gut hier. Es ist ein sehr neuer Standort. Wir sind eine schöne kleine Gruppe. Wir kennen uns eigentlich schon ganz gut, denke ich mal. Alle, ich freue mich drauf. Ich habe Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Esslingen, also vom Kooperationspartner studiert und habe es quasi direkt nach dem Bachelorstudium hier gestartet. Besonders freue ich mich darauf, viel zu lernen. Ich freue mich auf das forschungsnahe Studium und darauf, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Die Hauptpunkte, warum ich hier studiere, ist einmal die Möglichkeit, nebenher noch arbeiten zu können, dass ich neben dem Master auch noch berufliche Erfahrungen sammle, was ja auch wichtig ist, nicht nur die theoretische Erfahrung und dass der Studiengang sehr forschungsnah angelegt ist. Das war's. Vielen Dank.